Hallo, ich bin Stein und Klargeil und ich bin heute nicht in 7 days to die. Nein, heute ist der 31.12. und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins Neujahr und fürs Neujahr alles Gute. Ich wollte eigentlich noch Videos hochladen, aber nachdem ich gestern drei Videos aufgenommen habe und dann irgendwann habe ich festgestellt, ups, Mikrofon nicht mit aufgenommen und dann hatte ich keine Zeit. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass ich aufnehme. Ich weiß es noch nicht. Ich kann nichts versprechen, also es werden die nächsten Tage wohl keine Videos kommen, leider. Aber naja, mal sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut, wie gesagt, guten Rutsch, feiert schön, trinkt einen für mich mit. Ich muss mal wieder arbeiten. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Also, macht's gut. Euer Onkel Jagei. Bye, bye.